Du willst ganz viele kostenlose Videos zu BWL und VWL? Dann komm auf studyflex.de Hallo! Stell dir vor, du sollst als Unternehmensberater einem deutschen Weißwurstunternehmen dabei helfen, seinen Umsatz zu steigern. Du weißt nicht, wie das gehen soll? Keine Sorge! Wir erklären dir in nur vier Minuten, wie du mithilfe der Ansoffmatrix verschiedene Strategien dafür entwickeln kannst. Die Ansoffmatrix oder auch Produktmarktmatrix genannt, ist in die zwei Kategorien Märkte und Produkte aufgeteilt. Diese sind wiederum jeweils in Alt und Neu unterteilt. Daraus ergeben sich dann folgende vier Wachstumsstrategien. Die Marktdurchdringung, die Marktentwicklung, die Produktentwicklung und die Diversifikation. So weit, so gut. Aber wie kann man diese Strategien jetzt für das Weißwurstunternehmen einsetzen? Schauen wir uns dazu jede Strategie genauer an. Beginnen wir mit der Marktdurchdringung. Hier geht es darum, den Umsatz des alten, bestehenden Produkts, in unserem Fall der Weißwurst, auf dem bestehenden Markt, also dem deutschen Weißwurstmarkt, zu erhöhen. Aber wie kann das Unternehmen das jetzt schaffen? Es könnte zum Beispiel mehr Werbung für seine Würste machen oder sie zu einem günstigeren Preis anbieten als die Konkurrenz. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Rezeptur zu verbessern. Alle Maßnahmen werden im Optimalfall dazu führen, dass das Unternehmen neue Kunden gewinnt, seinen Marktanteil erhöht und so letztlich mehr Umsatz macht. Diese Strategie hat den Vorteil, dass die Risiken für das Weißwurstunternehmen überschaubar sind. Gleichzeitig besteht der Nachteil, dass das Wachstumspotenzial oft stark begrenzt ist. Weiter geht's mit der Marktentwicklung. Bei dieser Strategie wird das bestehende Produkt in einen neuen Markt eingeführt. Damit ist gemeint, dass national andere Regionen oder neue internationale Märkte erschlossen werden. Damit soll die Zielgruppe erweitert werden. Du könntest deinem Unternehmen also raten, seine Weißwürste zum Beispiel nach Italien zu exportieren. So kann es mit einem bestehenden Produkt einen ganz neuen Markt erobern und seinen Umsatz erhöhen. Als nächstes schauen wir uns die Produktentwicklung an. Mit dieser Strategie führt das Unternehmen ein neues Produkt auf einem bestehenden Markt ein. Dabei wird meist kein komplett neues Produkt eingeführt, sondern eines, das die Bedürfnisse der schon bestehenden Kunden besser abdecken soll. Das Unternehmen könnte zum Beispiel zusätzlich zu den normalen Würsten noch fettarme Weißwürste herstellen. So kann es mit einem neuen Produkt seine bestehende Infrastruktur nutzen. So, jetzt fehlt nur noch die Diversifikation. Bei dieser Strategie führt das Unternehmen ein neues Produkt auf einem neuen Markt ein. Du kannst dir bestimmt vorstellen, dass diese Strategie die größte Herausforderung darstellt. Bei der Diversifikation gibt es drei Möglichkeiten. Die erste ist die horizontale Diversifikation. Dabei stellt das Unternehmen ein neues Produkt her, das sehr ähnlich zu den bisherigen Produkten ist und so den Kernkompetenzen des Unternehmens entspricht. Das Unternehmen könnte also vegetarische Weißwürste einführen. Somit stellt das Unternehmen ein neues Produkt her und spricht gleichzeitig eine völlig neue Kundengruppe, nämlich Vegetarier, an. Als zweites gibt es die vertikale Diversifikation. Dabei weitet das Unternehmen die Wertschöpfungskette auf vorgelagerte oder nachgelagerte Prozesse aus. Zum Beispiel könnte es das Schweinefleisch, das es zur Weißwurstproduktion benötigt, aus eigener Zucht gewinnen und nicht wie bisher fremdbeziehen. Das wäre dann eine Ausweitung der Wertschöpfungskette auf vorgelagerte Prozesse. Eine weitere Option, die das Unternehmen hat, ist die laterale Diversifikation. Hier stellt es neben Weißwürsten zum Beispiel Badeenten her. Ja, du hast richtig gehört. Bei der lateralen Diversifikation hat das neue Produkt keinen Bezug zum alten und es wird ein völlig neuer Markt erschlossen. Denn sollte der Markt für Weißwürste nicht mehr wachsen, kommt eine solche laterale Diversifikation in Frage. So, damit hätten wir jetzt alle vier möglichen Strategien abgehakt. Aber welche Vorteile hat nun die Anwendung der Ansoff-Matrix? Ein großer Pluspunkt ist die übersichtliche Darstellung der vier möglichen Strategien in der Matrix. So können die verschiedenen Optionen zur Erweiterung der Leistung eines Unternehmens einfach eingeordnet werden. Deshalb ist die Ansoff-Matrix ein vielseitig einsetzbares Tool in der Unternehmensberatung, um Handlungsempfehlungen zu entwickeln und eine Ausdehnung auf dem Markt zu planen. Aber überall, wo es Vorteile gibt, gibt es natürlich auch Nachteile. Da die Ansoff-Matrix nur zwei Dimensionen hat, kann man in der Realität nicht allgemeingültig Wachstumsstrategien daraus ermitteln. Weiterhin werden bei der Entwicklung der Strategien die Marktteilnehmer nicht ausreichend berücksichtigt. Wenn du also die Ansoff-Matrix anwendest, solltest du kritisch an die Sache herangehen und keine allgemeingültigen Schlüsse ziehen. So, jetzt weißt du, was sich hinter der Ansoff-Matrix verbirgt und kannst dem Weißwurstunternehmen eine ganze Palette von Marktstrategien vorlegen, mit denen es seinen Umsatz steigern kann. Mach's gut! Und bis bald! Dir hat das Video gefallen? Noch mehr kostenlose Videos gibt's auf studyflex.de